Connection is established. Vokeness, Wachsamkeit, ist ein neues Wort unserer Zeit. Vor allem viele jüngere Menschen bezeichnen sich als Vogue, als wachsam gegenüber Übeln wie Rassismus, Sexismus, Gewalt, Unterdrückung und Umweltzerstörung. Solchermaßen wachsam wahrgenommene Ungerechtigkeiten sollen nach Möglichkeit sofort beseitigt werden. Ist Vogue das neue Links? Oder ersetzt die Vokeness-Kultur nur ein Übel durch ein anderes? Darüber rede ich mit der Philosophin Susan Neiman, der Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Frau Neiman, wenn Sie heute noch mal jung wären, wären Sie dann Vogue? Ich hoffe nicht. Tatsächlich bin ich politisch, moralisch ziemlich konsistent gewesen. Ich bin im Süden der USA zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung groß geworden. Meine Mutter war da engagiert. Wir haben auch Drohungen vom Ku Klux Klan bekommen. Und diese Idee, dass man universalistisch für die Gerechtigkeit für alle einsetzen soll, das ist mir sozusagen in der Wiege gelegt. Allerdings kann es sein, dass ich ein bisschen verwirrt wäre von den Voken, wie ich glaube, sehr viele junge und nicht so junge Menschen heute sind. Jetzt werden viele unserer Zuschauer nicht so ganz, ganz genau eine Definition von Vokeness oder vom Vogue-Sein im Kopf haben. Können Sie in wenigen Strichen skizzieren, was kennzeichnet jemand, der Vogue ist? Es ist witzig. Mir ist vorgeworfen worden, dass ich Vogue nicht definiert habe. Dabei wollte ich eigentlich links definieren. Und deshalb, weil Vogue ist ein inkohärenter Begriff. Das ist der Grund, warum alle Leute sagen, was ist das eigentlich? Wörtlich. Es wird auf ganz linke Emotionen gebaut. Man möchte im Zweifelsfall auf der Seite der Unterdrückten stehen. Man möchte die Verbrechen der Geschichte, wenn nicht wieder gut machen, wenigstens gedenken. Das sind alle Emotionen, die ich teile. Daraus lernen. Ja, absolut, absolut. Genau. Vogue heißt wörtlich wachsam? Wachsam. Ja, man möchte also wachsam sein gegen Unterdrückung und gegen Ungerechtigkeiten in der Welt. Naja, gegen Rassismus ursprünglich. Also das Wort kam zum ersten Mal 1938 auf in einem Lied von dem großen Bluesmeister Led Belly. Und es ging darum, wach sein gegen Rassismus, wogegen absolut nichts ist. Und es spielte dann wieder eine große Rolle, auch in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Sorry. Nein? Das stimmte überhaupt nicht. Das Wort ist nicht benutzt worden. Ich war da. Es gab also einige Jahrzehnte, in denen das Wort nicht benutzt wurde. Mehrere. Und wann tauchte es wieder auf? Das ist sehr interessant. Also in den großen Medien war zum Beispiel in den Wahlkampf 2016 nicht präsent. Man redete damals von Political Correctness. Das Wort war nicht benutzt. Also es ist nach der Amtseinführung von Donald Trump und war zum Teil, glaube ich, eine Reaktion davon. Das kam von Studenten auf amerikanische Hochschulen, die entrüstet waren mit Recht gegen den Rassismus und Sexismus von Donald Trump. Und die empört, enttäuscht, resigniert waren von diesem Übergang, die Hoffnung von Obama, was für diese Generation keine Leistung mehr war, sondern einfach normal. Es sei normal, ein intelligenter, linksliberaler Präsident mit einer schönen, schwarzen Familie, die auch alle intelligent und cool waren, im Weißen Haus vor acht Jahren. Und für diese Generation, glaube ich, war das so die Normalität, dass die Enttäuschung zu Trump und seiner Familie noch ein größerer Schock war, als es für mich war. Es war auch für mich ein Schock. Und dann kam die Idee, man muss wirklich gegen dessen Rassismus und Sexismus arbeiten, wogegen ich wiederum gar nichts hatten. Aber nach und nach merkte man, dass die Generation und auch meine Generation nicht aufgepasst hatte, dass wirklich rechte Gedankengut mit in der Diskussion kam. Und ich nenne gerne drei Punkte, die für mich traditionell links sind, die von den Woken nicht beachtet wurden. Erstens das Universalismus. Es sind Rechte, die davon ausgehen, dass man wirklich tiefe Verbindungen nur haben kann zu Menschen, die aus dem gleichen Stamm kommen. Sei der Stamm der gleichen Geschlecht oder der gleichen ethnische Herkunft. Das müssen wir erst mal den ersten Schritt mal ausbauen. Also es gibt eine, man kann sagen, Recht sein ist dadurch charakterisiert, dass man Angehörige eines bestimmten, wie Sie gerne sagen, Stammes, also einer Nation oder das, was man für eine Rasse hält und so weiter, anderem vorzieht. Und nicht nur anderem vorzieht, dass man wirklich... Dass man seine Heimat dort findet. Dass man sagt, ich bin definiert dadurch, ich bin Deutscher und erst mal nichts anderes als Deutscher. Und Mensch bin ich nur in allerletzter Kategorie oder das spielt für mich keine Rolle. Nach diesem berüchtigten Zitat von Karl Schmitt, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Es geht nicht ums Menschsein. Es geht darum, wenn ich Deutscher bin, bin ich erst mal Deutscher. Das ist sozusagen dieses klassisch-rechte Gedankengut. Dagegen sagen sie, linkes Denken ist der Universalismus, der sagt, es ist total egal, ob du Deutscher, Chinese, Lette oder Ungar bist, ob du aus Afrika stammst oder wo auch immer her. Die Menschenrechte gelten für jeden. Die Menschenwürde kommt jedem Menschen gleich. Und ich muss meinen moralischen Maßstab an der Gleichheit, also der grundsätzlichen moralischen Gleichheit der Menschen orientieren. Das ist der Widerspruch. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt sagen Sie, dass die Woken hier nicht in der linken Tradition stehen, sondern in der rechten Tradition, ohne es zu merken. Ja, richtig. Ich würde das aber ein bisschen anders formulieren, als Sie das gemacht haben. Ich sage nicht, dass es egal ist, ob man Deutscher oder Chineser sind. Kulturell gibt es Unterschiede und die sind wunderbar. Aber moralisch ist es nicht. Moralisch, was zählt, wenn wir moralisch und politisch denken, ist die Tatsache, dass wir sehr wohl tiefe Verbindungen zu Menschen aus allen Kulturen haben können, wenn wir wollen. Und dass wir auch deshalb Verpflichtungen haben, denen gegenüber. Und die Woken, also nehmen wir die ganze Diskussion um kulturelle Aneignung, dass eine Kultur nur einem Stamm gehört. Oder die Idee, dass, wenn weiße Menschen demonstrieren, zum Beispiel wie eine Mehrheit gemacht haben, als George Floyd ermordet wurde, sind sie bestenfalls Alliierten. Und das ist wirklich sehr interessant, weil das setzt voraus, man demonstriert eigentlich nicht gegen Ungerechtigkeit im Allgemeinen, sondern gegen Nachteile für den eigenen Stamm und andere Leute, falls sie wollen, können das ein bisschen mitmachen. Und das ist ein grundsätzlich anderer Gedanke, als die internationale Solidarität, die von links kommt. Also verstehe ich Sie richtig. Wenn ich mir jetzt die Proteste der Schwarzen in den 60er Jahren, Bürgerrechtsbewegung, angucke und sie vergleiche mit der Black Lives Matters Bewegung, dann sagen Sie, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, damals war die Rassenfrage in erster Linie eine Klassenfrage. Es ging auch damals entscheidend darum, gegen den Kapitalismus, die führenden Köpfe in den Bürgerrechtsbewegungen, wie Angela Davis zum Beispiel, fanden den Kommunismus großartig. Und diese Dimension sei der Black Lives Matters Bewegung abhandengekommen. Ich muss Sie leider korrigieren. Okay. Erstens, ich weiß, dass Angela Davis in Deutschland sehr bekannt ist. Sie war keine führende Figur der Civil Rights Bewegung in den USA. Sie kam viel später. Sie war mit den Black Panthers und mit dem Kommunismus organisiert. Und das leider, leider spielte das in den USA keine Rolle. Ich weiß, wie ich mich, als ich 1982 nach Berlin kam zum ersten Mal, wie Menschen aus der DDR, die ich öfters besucht hatte, mich immer fragte, ob ich mit Angela Davis befreundet war. Und ich müsste dann leider erklären, sie spielt keine große Rolle. Und der Kapitalismuskritik spielt überhaupt keine Rolle. Nein, es ging um Rassen. Aber es ging um die Ungerechtigkeit, die alle erlebt und gesehen haben, wo Kinder erschossen wurden. Es ging, man redete gar nicht von Klasse. Als Martin Luther King das erste Mal von Klasse geredet hat, das war kurz vor seiner Ermordung, Es gibt auch Menschen, die sagen, der wäre vielleicht nicht ermordet. Ich meine, der Mord war nie aufgeklärt. Weil er angefangen hatte, nicht nur für Bürgerrechte, für schwarze Menschen zu kämpfen, sondern gegen den Vietnamkrieg, was noch viel kontroverser war. Und weil er die ökonomische Frage gestellt hat. Aber leider, das ist eine schöne Vorstellung aus europäischer Sicht, aber das war einfach nicht so. Das war zu nah an der McCarthy-Zeiten. Das Wort Kommunismus oder Klasse sogar. Aber dann machen Sie noch mal ganz deutlich, wo Sie den großen Unterschied zwischen den Bürgerrechtsbewegungen, im Kampf auch der Schwarzen sehen, in den 60er Jahren und heute. Weil es eine Menge weißer Leute gab, übrigens überwiegend auch Jüden, die einfach wegen Ungerechtigkeit sich engagiert haben, ihr Leben riskiert haben und in mehreren Fällen auch verloren haben. Also es ging um Rassismus, aber es war eine andere, wie soll ich das beschreiben, eine andere Gerechtigkeitsidee. Es war nicht mehr Macht für meinen Stamm. Es gibt ein paar Idealen, Menschenrechte, die in der Unabhängigkeitserklärung der USA geschrieben haben und die wurden nicht erfüllt. Es gibt einen Universalitätsanspruch, was nicht erfüllt wird. Und das ist eine völlig andere Haltung als mein Stamm will mehr. Sie würden tatsächlich sagen, die Black Lives Matters Bewegung war mein Stamm will mehr? Anfangs nicht. Anfangs wirklich nicht. 54% der Menschen, die auf der Straße waren im Juni 2020, gleich nachdem George Floyd ermordet wurden, 54% waren weiß. Also da war eine große Empörung. Und eine große Bereitschaft, auch etwas zu riskieren. Das war Anfang der Pandemie. Es gab noch keine Impfung, es gab noch kein Kur. Da war eine Welle von Empörung über die Ungerechtigkeit des Mordes an unbewaffnete schwarze Bürger. Und dann haben beide Seiten dazu beigetragen, dass es doch eher wie ein Machtkampf ausgesehen hatte. Ich glaube, zuerst waren Trump und seine Leute darauf, die sagten, das ist nur ein Machtkampf, ein Identitätskampf. Man darf nicht sagen, Black Lives Matter. Dann müsste man erklären ... Sondern man sollte sagen, All Lives Matter. Oder was war der Gegenbegriff? Das war tatsächlich ein rechter Vorwurf. Weil natürlich, das soll verausgesetzt werden. Aber in der Tat, empirisch gesehen, werden proportionell mehr Schwarze als Weiße von Polizisten umgebracht. Aber dann schaukelte sich beide Seiten auf, dass erstens ... Also die Rechte haben gesagt, das ist einfach Identitätspolitik. Und das wollen wir nicht. Aber die Leute, die Black Lives Matter geführt haben, haben dann an dieser Identität doch irgendwie festgehalten. Und haben gesagt, ja, weiße Menschen können Alliierten sein. Aber sie sollen sich nicht irgendwie einmischen. Also der wichtigste Unterschied, wenn ich das richtig verstehe, die Bürgerrechtsbewegung, da gehörten die Weißen, die sich für die Rechte der Schwarzen einsetzten, genauso dazu. Hier ist ein anderes schwarzes Selbstbewusstsein da. Der sagt, das sind wir, das ist unsere Angelegenheit. Ihr könnt als Alliierte uns quasi unterstützen. Aber es ist unser Kampf und es ist nicht euer Kampf. Dass das der entscheidende Unterschied ist. Und dieses Sagen, das ist unser Kampf, ist aus Ihrer Sicht, Sie benutzen immer den Begriff Stamm, das wird nicht jedem, der uns zuschaut, klar sein. Tribalismus, Identitätspolitik, das sind andere Begriffe dafür. Dass Sie sagen, hier wird die Zugehörigkeit zu einer Gruppe in den Mittelpunkt gestellt. Und das widerspräche, wenn ich Sie richtig verstehe, dem Gedanken des Universalismus. Also hier unterscheidet man sich bewusst. Man sagt nicht, wir sind Menschen wie alle anderen auch, sondern es geht um uns. Genau. Allerdings fang das Problem an schon in den 60er-Jahren. Da war eine entscheidende Entscheidung von Stokely Carmichael, Bürgerrechtler, sehr bekannt. Der sagte, die weißen Leute müssen raus. Okay, aus einer der wichtigsten Teile der Bürgerrechtsbewegung. Das schloss Menschen ein, die um ein Haar ums Leben gekommen waren. Da waren auch Weiße in diesen Gruppen, die von den Ku Klux Klan ermordet waren. Und das war schon problematisch. Ich verstehe ein bisschen, dass man gedacht hatte, okay, wir sollen die Hauptrolle haben. Aber Stokely Carmichael hat, kurz bevor er starb, gesagt, das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Aber das fing an von der Bürgerrechtsbewegung zu dieser Trennung über Black Power und dann zu der Situation, wo wir jetzt sind. Wobei ich wirklich sagen muss, überhaupt nicht alle People of Color, weder in den USA noch sonst wo, sind dafür. Sie sind einfach nicht die Lauteste. Aber die Wognisbewegung ist ja, wir reden ja nicht nur über die USA, sondern sie spielt in vielen westlichen Industrieländern eine ziemlich einflussreiche Rolle. In der Tat. Und zwar nicht nur unter, es ist auch kein Generationskonflikt. Also die Leute in den 60er und 50er, also die Gatekeepers im Kulturbetrieb, sind genauso davon gefasst wie andere. Sie sind nicht immer glücklich damit, aber die sagen es auch nicht laut. Vielleicht nur ein Punkt, weil Sie sagten Identitätspolitik. Es gibt einen Grund, warum ich das Wort nicht benutze. Es setzt voraus, was eigentlich bewiesen werden müsste, nämlich, dass die wesentlichen Teile unserer Identität sind ethnische Herkunft und Geschlecht. Und das stelle ich in Frage. Also ich habe das in Ihrem Buch gerne und auch mich gerne davon überzeugen lassen. Gut. Ich würde den Begriff zwar weiter verwenden und hätte vielleicht auch einen Trick, wie ich das mache. Bitte. Aber was ich wichtiger finde, ist, wenn Sie sagen, das Problem beim Vogue-Sein besteht darin, wenn ich Identität in erster Linie über die Zugehörigkeit zur Rasse oder zur Zugehörigkeit zum Geschlecht, vielleicht auch noch garniert, ob ich jung oder alt bin, also quasi an biologischen Merkmalen festmache, wogegen doch Menschen in der Realität für ihr psychologisches Selbstwertgefühl ihre Identität gar nicht allzu maßgeblich über diese Dinge bestimmen. Genau. Ja, sondern es gibt ja noch tausend andere Dinge, wo ich mir wähle, wie ich meine Identität sehe. Ich kann meine Identität auch als Intellektueller sehen oder ich kann mit meinem Beruf verschmelzen und sagen, ich bin Arzt oder ich bin Architekt. Ich habe so viele Möglichkeiten, meine Identität zu definieren. Warum soll ich denn ausgerechnet für jene Teile meiner Identität, für die ich nichts kann, machen, warum soll ich die für maßgeblicher halten, als die Teile, die ich mir selbst gesucht habe? Das wäre Ihre Kritik an dem Begriff Identitätspolitik. Sie sprechen mir aus der Seele, ja. Ich würde ihn trotzdem beibehalten, aber deswegen müssen wir uns hier nicht streiten. Ich würde ihn beibehalten, weil es eigentlich die Zugehörigkeit zu etwas, was man als Identität reklamiert oder proklamiert, sei es nicht von einem selber, sondern von außen, du bist Deutscher, du bist Mann. Dass diese Dinge offensichtlich jedenfalls wichtiger sind, als eben der universelle Gedanke, man ist Mensch. Und wir sprechen jetzt davon, dass Identitätspolitik eigentlich ja überwiegend eine rechte Angelegenheit war. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Du bist Deutscher, das ist dein Volk, das ist deine Nation, weiße Rasse. Also eigentlich rechtsbesetzt war. Und sie gehören in den Kreis, und davon gibt es mehrere, wir hatten ja Omri Böhm zu Gast, der der gleichen Überzeugung ist, dass man den Begriff Identitätspolitik oder wie Sie sagen, Stammesdenken, eben auch auf links anwenden kann, zumindestens dann, wenn es sich um die Wognisbewegung handelt, die die Identität von Menschen an biologischen Kennzeichen festmacht. Ja, also ich kenne Omri, seitdem er Doktorand gewesen ist und schätze ihn auch. Ich meine, ich gebe Ihnen gern ein, wir sind im Großen und Ganzen einverstanden, ich gebe Ihnen gern ein Beispiel. Ich bin Jüdin und in Deutschland werde ich als solche identifiziert, vielleicht nicht immer vom Aussehen, aber man weiß genug von mir inzwischen, dass das ein Teil meiner Identität ist. Dennoch ist mir hundertmal wichtiger, dass ich aus der universalistischen Tradition des Judentums komme, was so alt wie der Bibel ist, was uns lehrt, weil wir Fremde in Ägypten waren, haben wir eine besondere Pflicht, gut zu den Fremden zu sein. Das wird 33 Mal in der Bibel gesagt, okay? So lange denkt Tradition und das umfasst eigentlich alle bekannten deutschen Juden, die man nachtrauert. Also ob es Moses Mendelssohn oder Karl Marx oder Albert Einstein oder Hannah Arendt waren alle aus dieser universalistischen Tradition des Judentums. Das ist mir viel wichtiger und ich bin auch damit aufgewachsen natürlich mit dieser Bürgerrechtsbewegung, Beteiligung meiner Mutter. Aber ich habe das auch mir zu eigen gemacht, als ich studiert habe und auch in Israel gelebt habe. Aber das ist mir hundertmal wichtiger als diese biologische, also ich teile ein paar Gene mit der rechten nationalistischen Regierung im Augenblick im Staat Israel. Aber die Gene, die ich mit denen teile, ist mir überhaupt nicht wichtig neben der Tradition, in der ich mich stelle. Und ich glaube, das Gleiche gilt für auch alle Menschen, die irgendeine ethnische Herkunft haben. Ich meine, Sie wollen sicherlich nicht hören, was jedenfalls vor einigen Jahrzehnten nicht Deutscher über Deutscher gesagt haben. Ja. Also da war einfach, also bis sehr lange Zeit eine Identifikation Deutscher, die Assoziation ist Nazi und das ist es. Ja. Also insofern überlegen wir, was wir tun, wenn wir jemanden auf die ethnische Herkunft reduzieren. Mhm. Mhm. Und deswegen sind Sie der Überzeugung, dass sich die Wognisbewegung kein Gefallen damit tut? Nein, überhaupt nicht. Wenn sie für die Unterdrückten dieser Welt, zu Recht, da sind wir uns ja einig, kämpft, es auf biologische Merkmale zu reduzieren oder sie zumindest in den Mittelpunkt ihres Denkens zu stellen. Genau. Das würde ja auch bedeuten, dass die praktischen Konsequenzen, dass man sagt, diese Stelle muss mit einer dunkelhäutigen Frau besetzt werden, zum Beispiel. Ja. Dass solche Überlegungen sagen, wir müssen hier proportional sehen, dass diejenigen, die in der Geschichte unterdrückt worden sind, die zu den Verlierern der Geschichte gehört haben, dass sie ihren adäquaten Platz in der Gesellschaft kriegen, in Institutionen, in Universitäten und so weiter. Das würden Sie nicht unterstützen, weil Sie sagen, entscheidend ist, was diese dunkelhäutige Frau sonst so denkt und macht und nicht die Frage, ob sie dunkelhäutige Frau ist, weil das egal sein soll. Also nicht ganz egal. Und ich glaube, es liegt an uns alle zu schauen, wenn wir in irgendeiner Kommission sind, wo Stellen vergeben sind oder Uniplätze oder was auch immer. Habe ich jemanden darüber sehen. Das ist klar. Also als ich zum Einstein Forum gekommen bin zum Beispiel, merkte ich, dass, weil alle vor mir männlich waren, relativ wenig, also sehr wenig Frauen eingeladen worden sind im Einstein Forum. Und ich habe es mir natürlich als Ziel gesetzt, das zu ändern. Aber um Gottes Willen nicht, wie soll ich das sagen, automatisch. Ich merke ganz genau, wenn man mich zu irgendwas einladen möchte, weil wir ja eine Frau brauchen. Okay. Und das ist sowas von beleidigend. Und die braune und schwarze Menschen wissen ganz genau, wie sie dabei instrumentalisiert sind und wie auch einige Leute dasselbe instrumentalisieren. Das ist ganz klar. Ja. Also man kann schauen. Aber eine Rigide, also eine Universität muss genau die Verhältnisse der Gesellschaft widerspiegeln. Wie könnte das passieren? Also das Problem ist, es gab wirklich Diskriminierung. Nehmen wir meine unsere Verhältnisse in der Philosophie. Es gab in meiner, als ich studiert habe, kaum Frauen, die philosophisch studiert haben. Es ist immer noch nicht der Fall. Ja. Wie soll es, also ein wirklich sofort aus der Generation wirklich gute qualifizierte Frauen geben, wenn sie da nicht studiert haben. Allerdings machen sowohl einige Frauen wie auch einige schwarzen und braunen Menschen selber ein Fehler. Ich weiß, ich werde dafür kritisiert, aber ich sage es trotzdem. Sehr viele Frauen, die in der Wissenschaft gehen, machen Frauensachen. Das heißt, man hat irgendwie verstanden, okay, wir brauchen jemanden, die... Feministische Theorie macht. Feministische Theorie macht. Wir brauchen in der Geschichte jemanden, die Frauengeschichte macht. Oder wir brauchen jemanden, der der Geschichte der afroamerikanische Literatur macht. Ich hasse das. Und ich habe mich absolut dagegen gewehrt. Es gibt genug Frauen, die Literatur machen, dass jeder oder auch Männer Literatur von Frauen lesen müssten. Und Literatur von großartigen schwarzen Autoren. Ja. Aber die Idee, dass man selber ghettoisiert, hat wieder zu Probleme gemacht. Wenn ich jemanden suche für ein allgemeines Thema für eine Tagung zum Beispiel, fällt es sehr oft aus, dass die Leute sich dann ghettoisiert hatten und es sind nicht genug vorhanden. Man findet. Wenn man sucht, findet man. Aber das soll man wirklich bedenken. Jeder Mensch, der sich überlegt, ja, ich möchte promovieren über die Nachteile, die meinen Stamm erlitten hat, würde ich dagegen raten. Okay. Könnte es denn nicht einfach sein, dass aller gesellschaftlicher Fortschritt der Übertreibung bedarf? Ja. Es ist nicht so, dass quasi das, wo man, also wo man ja auch sagen muss, da gibt es die große Kriminalgeschichte der Unterdrückten, des Rassismus, alle Spielarten von männlicher Unterdrückung von Frauen und so weiter, das alles existiert ohne jeden Zweifel. Und in dem Moment, wo wir das aufarbeiten, dass man dann vielleicht schon mal von dem einen Extrem ins andere umschlägt. Ist das nicht ein ganz normaler dialektischer Prozess, um am Ende sich wieder irgendwo in der Mitte einzupendeln? Das Problem ist, es ist nicht in der Mitte, okay? Ja, wir sind noch nicht da, aber vielleicht gelangen wir über den Weg in die Mitte. Und da kommen Sie auf den Punkt, warum ich überhaupt dieses Buch geschrieben habe. Ich arbeitete an einem ganz anderen Buch, dieses Buch über Helden und Opfer. Und dann hatte ich eine Einladung für einen großen Vortrag an der University of Cambridge in England. Und ich dachte, da gibt es eine Verwirrung über woke und links und das möchte ich irgendwie ausarbeiten und das war sehr begrüßt dort. Und ein Verlag kam auf mich zu und sagte, ob ich nicht ein kurzes Buch. Und der Grund, warum ich zugesagt habe, war, dass ich wirklich Gefahr sehe in diesem Moment. Die protofaschistische Parteien nehmen zu. Und das ist ein internationales Problem. Also und ich benutze das Wort wirklich mit Bedacht. Aber wenn wir warten, das sagt ein Kollege von mir, ein indischer Historiker, wenn wir warten, bis die Konzentrationslager gebaut werden, wird es zu spät sein, irgendwas, die Dinge beim Namen zu nennen. Also das, was in vielen Orten der Welt jetzt wächst, ist ein Protofaschismus. Da wäre es ja wichtig, woke im Sinne von wachsam zu sein. Eben. Aber was wirklich nicht wichtig wäre, ist sich so innerhalb den fortschrittlichen Lager sich so zu bekämpfen, dass man den Wald vor den Bäumen nicht sehen. Sie denken zum Beispiel daran, dass die Wognisbewegung die Aufklärung scharf kritisiert. Die Aufklärung spielt natürlich für den Liberalismus wie auch für das linke Selbstverständnis eine ganz große Rolle. Also die große Modernisierungsbewegung, die im 18. Jahrhundert vorausgedacht wird und irgendwann zu liberalen Demokratien in mehreren westeuropäischen Ländern führt. Und nun gibt es von der Wognisbewegung sehr viel Kritik daran, weil einige Aufklärer entweder vom Kolonialismus profitiert haben, wie zum Beispiel John Locke, der selber im Kolonialministerium sogar beschäftigt wurde und mit Indianerland für seine Dienste entlohnt wurde. Oder andere, die völlig gegen den Kolonialismus waren, wie Immanuel Kant, die aber Klischees über Schwarze in ihren Büchern reproduziert haben, die übrigens nie in ihrem Leben einen Menschen mit dunkelhäutiger Hautfarbe gesehen haben, aber die gängigen Klischees der Zeit da verbreiten. Und dann wird gesagt, das ist eine Tradition des alten weißen Mannes, die müssen wir komplett ausschütten. Und Sie sagen, wenn wir diese Tradition komplett ausschütten, dann berauben wir uns quasi den Grundlagen des Universalismus und kommen nie zu einem Menschheitsfortschritt. Das ist richtig. Um das kurz zu machen, weil das Buch argumentiert davor, dass dieser Vorwurf, die so trendy ist, dass man inzwischen nicht das Wort Aufklärung sagen kann, ohne dass man gleich Eurozentralismus... Der Satz hat mich irritiert, weil mir war noch nie jemand begegnet, der wie Sie das in Enlightenment-Bashing macht. Also in der Welt, in der ich mich bewege, kommt das nicht vor. Entschuldigung, wo leben Sie dann? Ich lebe nicht in Berlin-Mitte. Also ich muss sagen, also alles, was jetzt für das Kantjahr gemacht wird zum Beispiel, das ist die allererste Frage, die in den Zeitschriften gesprochen wurde. Also das wird in zum Beispiel, also jetzt will ich keine Institutionen nennen, aber das ist das Erste, was man hört. Ich hörte das vor 20 Jahren fast. Das kommt aus der postkolonialen Theorie. Und ich fand das so absurd, der Vorwurf, dass ich in einem Buch damals gar nicht darauf eingegangen bin, weil ich dachte, das wird verschwinden. Das ist so absurd. Die Idee, dass die Aufklärung eurozentrisch ist, scheitert erstmal daran, dass die Aufklärung erstmal den Vorwurf zum ersten Mal gemacht haben. Die Aufklärung war es, die gesagt haben, wir müssen die Welt verstehen aus nicht-europäischen Augen. Die haben ihr Leben riskiert, um zu sagen, die chinesischen Texte sind genauso moralisch wie unsere. Oder noch besser sind die Perser oder die Tahitianer. Also das erstmal. Okay. Allerdings muss man sagen, als listiges Gesellschaftsspiel. Man hat also die Positionen, die man in Europa nicht sagen durfte, wie Montesquieu den Persern in den Mund gelegt oder wie Diderot den Tahitianern. Ja, richtig. Aber ich meine, da hatten sie Angst nicht nur vor Twitter-Stürmer. Also die hatten tatsächlich Angst. Angst um ihr Leben. Genau. Und einige haben ihr Land und Lehrstuhl und alles verloren. Okay. Aber ist es nicht einfach pubertär, aus heutiger Sicht in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts hinzugehen und Menschen Dinge vorzuwerfen, die zu ihrer Zeit so revolutionär und fortschrittlich waren und ihr Leben riskiert hatten, aber bei der einen oder anderen Sache halt das eine oder andere Klischee reproduziert haben? Ich finde es pubertär und ich finde es auch, da ist ein Wunsch nach Reinheit, dass man niemand loben darf oder gar lesen darf. Das ist eine religiöse Komponente, diese Reinheitssehensweise? Ja, absolut. Ich sehe das ganz anders. Natürlich hat Kant, der wirklich der Metaphysik der Menschenrechte geschrieben hat, worauf wir bauen. Und klar, hat er ein paar wirklich abscheußliche Sachen gesagt über schwarze Menschen und übrigens auch über Frauen. Aber Kant und die anderen Aufklärer, übrigens würde man Locke nicht dazu zählen. Nee, das ist Voraufklärung. Aufklärung ist wirklich, wenn man klassische Aufklärung bestimmen möchte, ist er zu früh dafür. Und das kann man an seiner Arbeit sehen. Aber lassen wir das. Das ist also Philosophiegeschichte. Aber ich sage, lieber Mensch, Kant und Voltaire, der auch Antisemitisches gesagt hat, und Diderot hätten sich gefreut, wenn sie uns heute sehen würden, einige von uns, weil sie glauben an Fortschritt. Aber dass wir Fortschritt auf deren Rücken gemacht hat, das muss geschätzt werden. Und das muss auch verstanden werden, weil da gibt es Grundprinzipien, die man dabei ist, über Bord zu werfen. Also wir stehen auf den Schultern. Wir stehen auf den Schultern. Und da sind Grundprinzipien, die wir, wo einige Wogen dabei sind, die wirklich über Bord zu werfen. Glauben Sie, dass sich das immer weiter gesellschaftlich durchsetzt? Oder glauben Sie, dass der Peak überschritten ist und viele Entwicklungen vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen? Ich weiß, dass Ijeomo Mangold vor ein paar Wochen gesagt hatte, nach dem 7. Oktober ist der Peak überschritten. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe, dass, was am 7. Oktober und danach passiert ist, schon einige Menschen zum Denken gegeben hat. Weil wir haben nicht sehr viel Zeit und das ist ein großes Fass aufzumachen. Für mein Gefühl sind viele Menschen, die sich als pro-palästinensisch ausgeben. Ich finde die Sprache absurd. Ich bin weder pro-palästinensisch noch pro-israelisch. Es ist kein Fußballspiel. Ich bin pro-Menschenrechte und Menschenrechte werden auf beiden Seiten verletzt. Aber viele Leute, die sich als links verstanden haben, ohne dass sie wissen, welcher Fluss und mehr mehr gemeint werden und gar nichts über den Konflikt wissen, haben einfach gesagt, es ist mein Stamm und ich bin dabei. Auf beiden Seiten, meinen Sie? Ja. Ja, ja, auf beiden Seiten. Es hat sich sehr schnell polarisiert, dass die Stimme der Vernunft wirklich schwer wahrzunehmen in diesem Moment. Das könnte ein Wendepunkt sein. Ich würde es hoffen, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe nur eine weitere Polarisierung und eine weitere Verzweiflung. Vielleicht noch ein Punkt zu der ersten Frage, warum diese relativ kleine, woke Bewegung so viel Einfluss hat. Weil wir keine wirklich alternative linkes Programm haben. Was meinst du, also der Nährboden ist die Krise der Linken? Genau. Die Linken haben ihre klassische Klientel, die Arbeiterschaft verloren, schon vor relativ langer Zeit. Genau. Dann hat die Linken sich Minderheiten gesucht, als das große neue Thema. Und auf diesem sozusagen, auf diesem Humus konnte die woke Bewegung gedeihen. Aber nochmal haben Sie, reden Sie von Interessenpolitik. Ja? Also die Arbeiter, also die Linke waren, also haben die Interessen der Arbeiter vertreten und jetzt wollen sie die Interessen der Minderheiten oder Diskriminierten vertreten. Es ist keine Beschreibung des Linksseins im Allgemeinen. Also ich hatte sie vorhin unterbrochen, als sie die drei Säulen des Linksseins. Universalismus, Fortschrittsglaube und Gerechtigkeit. Genau. Aber trotzdem ist es eine historische Tatsache, dass es in Demokratien Wählerschaften gab und dass die klassische Wählerschaft für die Linken ursprünglich die Arbeiterschaft gewesen ist. Das ist richtig. Aber Arendt, ich las gerade Ihr Buch über Gewalt gestern Abend. Arendt hat gesagt, die Leute, die die Revolutionen gemacht haben, die haben es nie, die waren immer die, um deren Interessen es nicht gab. Also wir denken nur an Marx und Engels und eine ganz Menge von anderen Leuten. Fidel Castro, Lenin, Che Guevara. Ging um Gerechtigkeit, ja, und nicht um Vertretung bestimmter Interessen. Aber die Idee, eine universelle Gerechtigkeit, die wir, an die wir alle arbeiten, das ist, meinen viele Leute, 1991 gestorben. Ja, und das ist das Problem, warum man in diese Richtung gegangen ist. Dann münden wir in die Schlussfrage ein. Sie mögen das Wort Optimismus nicht. Nee. Nee. Und Sie möchten es gerne durch Hoffnung ersetzen. Ich habe mal ein Gespräch mit Jane Goodell geführt, die hat genau dasselbe gesagt. Wie schön. Und die Frage ist, was ist an Optimismus so verkehrt und was ist an Hoffnung so gut und wichtig? Optimismus ist eine Aussage über die Tatsachen. Das heißt, ich weiß, dass es gut wird. Ich weiß, dass alles in Ordnung wird. Ja, also zum Beispiel, also Candide, Voltaire's großartige Buch, hat als Untertitel über den Optimismus und irgendwie wird alles gut werden und alles wird umgedeutet, damit es gut aussieht. Das zu sagen in diesem historischen Moment wäre obszön, finde ich. Also wir leben in wirklich gefährlichen Zeiten, das kann praktisch jedes Kind erkennen. Hoffnung dennoch, sagt Kant, übrigens auch Nurm Chomsky, der nicht wusste, dass es von Kant kam. Aber als wir ein Gespräch führten, hat er gesagt, wenn wir nicht hoffen, haben wir überhaupt keine Möglichkeit zu handeln und wenn wir nicht handeln, geht die Welt wirklich unter. Ist hoffentlich ein ziemlich religiöser Begriff und wäre Ihre säkulare Entsprechung nicht die Zuversicht? Ich bleibe bei Hoffnung erstens, weil es ein Wort, was einfach zu übersetzen ist. Ich meine, Zuversicht funktioniert nicht. Zum Beispiel auf Englisch, die andere Sprache, in der ich meist arbeite, weil es hieß dann Sicherheit im Grunde genommen. Das könnte man nur als Sicherheit. Und die Sicherheit, dass alles gut gehen wird, habe ich in diesem Moment überhaupt nicht. Ich finde, Hoffnung ist keine religiöse Begriff. Das ist etwas, was den Menschen innen wohnt. Das wird in bestimmten Religionen auf eine bestimmte Formel ausgetragt. Aber ich sehe das nicht als religiöses Begriff. Dann hoffe ich darauf, dass unsere Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Frau Neiman, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen. Musik 1 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.